Hallo, ich bin Marco. Letztens habe ich mit jemandem über die deutschen Umlaute geredet. I've talked with someone about the German Umlauts. Und ich möchte diese Umlaute auch euch erklären. I want to explain these Umlauts also to you. Es gibt drei Umlaute. Ä, Ö und Ü. Ja, der Unterschied ist manchmal nicht ganz zu erkennen. The difference is sometimes not recognizable zwischen dem Vokal mit Umlaut und dem Vokal ohne Umlaut. Vowel, with Umlaut and without. Wir haben A, O und U ohne Umlaut. Also zum Beispiel A ohne Umlaut, Ä mit Umlaut. Dann gibt es das O und das Ö. Und als drittes haben wir das U und das Ü. Ich hoffe, das hat geholfen. Schickt mir auch eure Fragen an info at authenticgermanlearning.com Ciao, ciao!